Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei Pferdesalben. Das High-End-Produkt in unserem Pferdesalbetest geht an die Leovit Pferdesalbe. Angereichert mit Weihrauchharz Der gesamte Bewegungsapparat wird entspannt, aktiviert und wohltuend in Balance gebracht. Entscheidend für die gute Wirkung des Weihrauches sind vor allem die Boswellia Sören, die im Weihrauchharz in großen Mengen enthalten sind. Weihrauchharz ein neuer alter Pflanzenwirkstoff macht Code Park Apothekers Pferdesalbe noch besser, um den Körper in seiner vielfältigen Beweglichkeit zu unterstützen, zu pflegen und zu regenerieren. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Swiss Medicus Pferdesalbe. Extra stark, traditionelle Schweizer Rezeptur mit 25 Kräuterextrakten mit erhöhter Konzentration von Rosskastanie und echtem Beinwell. Erholung für Muskeln, Venen und das gesamte Bewegungsapparat Pferdebalsam Pforte kühlend wird als unterstützende Pflege bei müden Muskeln, Muskelzerrung und zur Regeneration nach Sportaktivitäten genutzt. Enthält echten Beinwell mit Hauptwirkstoff Allantoin, der die Regeneration und Zellernäuerung fördert und bei Beschwerden nach Unfällen hilft. Gelatige Konsistenz gewährleistet schnelle Aufnahme durch die Haut und schützt die Bekleidung vor Verschmutzung. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Pferdesalbe-Test ist die Refit Pferdesalbe. Das Premium Pferdebalsam enthält eine riesige Dosis wirksamer Kräuterextrakte. Obgleich es in der Tschechischen Republik hergestellt wird, seine einzigartigen Eigenschaften erlangt es dank einer fortgeschrittenen Schweizer Rezeptur. Das Pferdebalsam wurde monatelang getestet und abgestimmt, was zu einer ausgewogenen Kombination von Tort und Kräutern führte und damit die Rücken-, Muskel- und Gelenkschermatzen rasch gelindert werden können. Es ist auch perfekt für geschwollene Füße. Das Pferdebalsam enthält keine Farbstoffe. Nachdem die betreffende Stelle mit Pferdebalsam einmassiert wurde, kommt es zu einer besseren Durchblutung, was die Naturkraft der enthaltenen Kräuter und deren Wirkstoffe richtig entfalten lässt. Es ist die beste Hilfe für Sportler nach dem Training. Es regeneriert die Muskel und bereitet die Körper für nächste Leistungen vor. Sofortiger Effekt Es lindert die Muskelverspannung, hat sofortige Wirkung und sichert eine intensive Durchblutung vom gegebenen Teil. Nur für externe Anwendung. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.